So, und da sind wir wieder. Es ist für mich immer noch dieselbe Aufnahme-Session. Aber ich hoffe, der Abschluss hat euch besser gefallen als bei den anderen Folgen. Und ich hoffe, dass ich nicht irgendwelche Scheißfehle noch mache. Och, komm schon, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich hab keine Ausdauer mehr, um mich zu wehren. Perfekt. Der wollte uns ja zum Glück nur one hiten. Bleib weg! Bleib weg! Boah, der Speer ist geil für sowas. Mal auf Frauen einzustechen, natürlich. Oh, scheiße. So, hier hab ich genau die Stelle beim Rückwärtsgehen erwischt. Bei denen Landzungen ist es, damit ich extra lang hier verweilen darf. Ich hab halt noch kein bisschen abgespeichert, den Fortschritt von diesem Mal. Deswegen wär's natürlich klasse, wenn ich jetzt krepiere. Und ich hab noch vorhin so schön die ganze Zeit die Sprüche geklopft. Haha, zum Glück sind keine eingeborene da. Und natürlich haben wir hier schon alles geblündert, dass ich rein gar nichts davon hab. Leider kann man die da nicht fressen. Ups. Ich wollte doch nur mit dem Stock auf den Möwen zeigen. Ah, sind eh wieder genug da. Nein, die Möwen sind hier sowieso voll die... Suizidviecher. Flatter haben immerhin die Äxte, wenn man mal hacken will. Am Strand, mein ich jetzt. So, ich glaub, die sind weg. Dann können wir mal wieder loslegen. Und diesmal wird's hoffentlich eine ganz normale Folge, bei der wir anschließend auch abspeichern, hab ich halt den Freitod verbraten. Aber meine Güte, es gibt Schlimmeres. Boah, wir müssen unbedingt irgendwas fressen. Und da sind doch bestimmt noch ein paar Koffer, die ich nicht geblündert hab. Oh, ne Schildkröte. Komm. Manchmal kann man sich aber auch dumm anstellen. Und wir haben Medizin gefunden. Kann ich auf die Zugrafen? Nein, ich... Hab ja Fische im Inventor. Wo kommen die denn her? Weißt du? Ist ja gerade mal für mich jetzt... Drei Minuten her, da ich die gefangen hab. Boah, ey. Ich glaub, ich werd echt sehr nieen. Juhu-Medizin. Guck, die Möwen. Man stochert hier rum. Und die flattern direkt vor einem rum. Nein, nein, nein. Boah, eben dachte der Busch wär ne Eingeborene. So, und dann machen wir jetzt mal... Einen schönen Fisch. Wir sind zwar satt, aber wir brauchen unbedingt... Einen schönen Fisch. Ne, doch net. Hä? Wieso haben wir jetzt plötzlich volles Health? Und vorhin gar nix? Bin ich jetzt so senil und so tattrig gewonnen, dass ich gar nix mehr raff? Nee, nee, nee. Uah! Alter! Macht mal am Strand ein kleines Feuer und dann kommt so ein Selbstmörder. Puh. Oh, wir müssen duschen. So ne Scheiße. Wieso sag ich eigentlich immer duschen? Das ist ja eigentlich ein Baden. Hat er ja selbst mal ja nur mit seinem Casefuß drinnen gestanden. Jam, jam, jam. Und wir haben Energie. Also, habt ihr sowas schon mal erlebt? Ihr habt ein kleines Lagerfeuer am Strand und dann springt einer herein und verbrennt sich zu Tode. Sachen gibt's heutzutage. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Habt ihr eigentlich irgendwelche Games auf Lage, Massen? Ihr, die ihr mir schenken könnt? Nein, Quatsch. Von welchen Spielen würdet ihr gern Let's Plays mal sehen? Natürlich würde ich kein Let's Play spiel... Kein Let's Play spiel. Kein Spiel spiel, das mir selber keinen Spaß macht. Ist ja wohl so klar. Da wär dann das Let's Play sehr schön am Verlaufen, denk ich mal. Außer man macht's auf ne sehr ironische und lustige Art. Und für Albert, das Spiel an sich halt ein bisschen. Und mich verfolgt jemand. So, eine Scheiße. Natürlich hab ich kein Ästchen dabei. Das könnte ich jetzt einfach nur ein Feierchen machen. Hoffentlich hat es dem Kollegen schon geräuscht. Und er geht. Das wär sehr freundlich von ihm. Huuuuhuuhu. Hier, ich hab'm Stock. Hab Angst vor meinem Riesenprügel. Schuhluftprügelei mit nem Stockchen. Oh, oh, er hat seine Freunde geholt. Besser gesagt, seine Freundin, oh, oh. Die verprügelt mich bestimmt gleich. Dann machen wir noch jeden Feierchen schnell hin. Wir haben kein Laub, na klasse. Was soll nur aus mir werden? Ohne Laub. Leaves Collected. Und warum schlägt er nicht mehr zu? Collected meine Leaves. Aber ich merk net, merkt man. Ich merk net, merkt man. Ich weiß net, merkt man eigentlich, dass ich mich verbessere, verschlechterere oder so. Das wär auch mal gut zu wissen. Seid ihr zufrieden mit meinen Leistungen als Let's Player? Der denkt ihr euch, oh Gott, was für'n Vollidiot. Ach, ich denk mal, er für'n Vollidiot. Sag mal. Jetzt bewacht er meine Hütte da hinten. Das Leben ist hart, ey. Ich sag's immer wieder. Und er rennt weg. Das ist doch schön. Warte, jetzt mal ganz im Ernst. Ich hab doch da... Da stand doch Leaves Collected. Jetzt geh ich da hin. Hause drauf. Und nix. Nix. Ach, Mann ey. Vielleicht sollte ich echt mal auf einen neuen Patch warten. Mal so langsam... Nervt's mich. Dass ich kaum noch was bauen darf. Das ist natürlich schon so Lage, Stämme, Mauern und so. Aber irgendwas Feuerchen-mäßiges. Wird schwer. Und, nja, man braucht ja fast nur die Schuhe. Ach ja, es bringt nix da, eh zu drücken. Da gibt's nur einen lustigen Sound. Ihm dachte ich, das wär jemand. Boy. Oh, ey. Fäll ich halt den Baum noch. Oh, meine Güte, ey. Was für ein Scheißer heute gelaufen ist. Ich glaub, nach der Aufnahme hier mach ich ja wieder erstmal Pause, ey. Das hat mir jetzt erstmal der Rest gegeben. Beziehungsweise eigentlich müsste ich jetzt ein Lockholder bauen für die paar Stämmchen da. Ich bin zu geizig. Und jetzt einfach den epischen Abspeicher, Ladegott ins Nirvana, das zu spenden. Ja, vielleicht ein bisschen weiter weg, so hier, wo die eh schon liegen. Ich hoff' ja, dass ich genug dann hab. Bay für Baubuch, Storage, da. Wow. Hoffentlich finden wir ja ganz schnell hier die. Das würde ich ganz gern noch schnell zu Ende machen. Das ist wahrscheinlich ein total beschissener Platz hier. Tal im Wald. Wenn man umringt von den Falken quasi. Na, heb auf. Heb auf. Stopf rein mit Zegel. Aber naja. Es wär ja langweilig, wenn alles wie am Schnürchen lief. Das muss ja auch ein bisschen herausfordernd sein. So, und wisst ihr was? Ich geh abspeichern und danach beende ich die Folge. Wobei, die ist dann ein bisschen sehr kurz. Warte, wir haben bedenkt, die andere so 30 Minuten. Da wär die jetzt momentan so 12 Minuten oder so. Hm, was könnte man noch kurz anstellen? Wir könnten natürlich auch... Ich hab keinen Schimmel. Was gibt's denn hier so Feines? Hm. Die hab ich natürlich eigentlich am liebsten. Da hatten wir anschließend nochmal einen schönen Schotzwahl, wenn so verbraucht wird. Wo man dann die Leute ein bisschen durchmessern kann quasi. Bauen wir mir die mal hier. Ich glaub, ich hab die mitten in die Route von so den Leuten da gebaut. Das ist ja der Hammer. Da freu ich mich aber. Wahrscheinlich werde ich jetzt kurz vor Abspeichern nochmal getötet, dass alles umsonst war. Zumal ich hier keine Feuerstellen als Safe Zones aufbauen kann. Haben wir in den Lock Hole dahin gebaut. Alter, bin ich jetzt blind oder was? Ach ja, bin ich. Ich glaub, zwei oder waren's vier. Das waren vier. Muss ich also doch noch... Noch mal einen Holzbaum. Einen Holzbaum. Ja, hm. Ja, die Frames gehen auch teilweise ganz schön runter, wenn Fraps und alles im Hintergrund läuft. Aber ich hab davon bei den fertig gerenderten Filmen eigentlich nix gemerkt. Wie findet ihr eigentlich jetzt die Quali von dem Let's Play? Was stört euch? Von wovon wollt ihr mehr sehen? Seid ihr mehr so die Action-Junkies und wollt, dass ich fighte ohne Ende? Oder seid ihr lieber mehr so die Bastler? Und wollt, dass ich hier... Die ultimative Stadt der Zerstör... Äh... Die ultimative Stadt einfach baue. Der Zerstörung der Wildcherschaft. Ne? Boah, die sind da schon wieder unterwegs, ey. Das ist doch zum Heulen. Zum Keulen. Wegen zwei Stück muss ich jetzt nochmal unterwegs sein. Ach, das ist nur so ein FAG. Hat gewirkt, ich hab Angst gekriegt. Okay, ja, ich hab in dem Spiel leider nur wenig Angst. Die Angst, die ich in dem Spiel vor allem verspüre, ist einfach, dass mein Fortschritt da noch nicht gespeichert ist. Sobald ich gespeichert ist, ist es... Äh, sobald ich gespeichert ist. Sobald es halt gespeichert wird, ist es mir scheißegal, ob die mich umhauen. Sobald es anschließend wieder klappt, nur am Laden. Was fehlt denn da noch? Ist es noch nicht fertig. Scheiße. Scheiße, was mach ich denn jetzt? Das sollte doch schon fertig sein. Jetzt. Was hat denn da... Was fehlt denn da? Sieht man das? Warum Stämmenschein alle da zu sein? Das müssten einzelne Äste sein, aber die... Muss ich wohl nochmal suchen. Ja, aber warum war auch scheiße, dass das mein Darstand? Das Beispiel habe ich jetzt wieder... Komm schon, mach hin, mach fertig. Wahrscheinlich wird es eh nicht abgespeichert. Boah, shit. Damit beende ich auf jeden Fall mal die Folge. Ich muss noch irgendwie ein Absprecherort finden. Sprich, die Session geht weiter. Hooray! Also, bis dann. Tschüss! Tschüss! Tschüss!